der brenn ist sehr gut getan mann der hat wirklich gut getan und nur zu feuer und wasser feier und wort meine stimme kratzt es sogar nicht mehr so doll ich habe zum glück noch die tassen neben mir stehen also ja feuer und wasser trifft es wirklich gut das ist hier hey das ist das schlüssel und das schlüssel okay damit komme ich dann wahrscheinlich da hoch mit dem trampolin auffälliger geht es rein gar nicht dumm haha noch ein leben gefunden das hat nicht mal im euro gefunden also das ist jetzt ist hier noch etwas mehr über das spiel was er im euro überhaupt angeschaut aber guck bitte auch meine tatsache bonus 4 auf was eine überraschung und gar nicht dass das etwas ist das ab ja ja ich bin auch ein bisschen dumm wo auch graue münzen graue münzen graue münzen grau grau macht fack niger gut okay feier und wort auch becken diesmal der richtige ausgang das ist so auffällig gemacht ich meine wer macht sowas einfach nur die brücke dann einfach ohne zaun aber es geht wahrscheinlich auch nicht anders ich nehme mal das trampolin trotzdem mit zwei könnte ja sein dass ich das doch irgendwie auch noch mal zum richtigen ausgang brauchen jedenfalls kann ich damit auch schneller schwimmen maybe you can find something in the water ja man kann schneller schwimmen ja nicht so das bringt es ich habe doch schon ein trampolin okay schöner heck der macht mir richtig spaß nein das wollte ich nicht wollte ich nicht nein fuck ich will bitte das trampolieren behalten behalten nicht abgeben was ist denn nicht was behalten heißt oder wie ist denn das hier ach komm egal scheiß auf das scheiß trampolin man ja warum nicht ne ne da fange ich das auch noch auf aber ich hab's fallen lassen oder so egal egal der märz man haha ich forsch das war vielleicht sogar ein fehler ja hier muss man wenigstens sich dagegen springen hier in der 1. oder 2. wo die chucks sind grau sagt man das naja egal dieses video wird etwas kürzer weil es ist sehr spät leute und ich muss langsam doch irgendwann mal schlafen gehen weil morgen ist schule heute ist donnerstag und es ist jetzt heute ich weiß nicht wann ihr zur schulzeit ins bett geht aber es ist halb 2 und so wie ich so spät geht es mir gewöhnlich wenn ich am nächsten tag schule habe hallo geht's noch nicht ins bett also ja könnte es sein dass der pot nur noch dieses level geht haltet hallo 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 nichts hat die fresse pf 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 da kann doch keiner wissen dass da hoch geht da jetzt was gewesen wäre schwer ausgerastet hätte es nicht geschafft von der zeit scheiße vierseitige Notenblöcke oh mein Gott fack 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 okay gut ist jetzt langsam wirklich müde also war es das für diesen Port von Joe's und Trenzschau und diese letzte Pläne Schauleute ja nächstes Läder so doch anschauen Icy Cave? Well, tschau.